Geister, Anima, Enkel Müssen wir aber offenbar noch mehr Auch cool was der da macht Mit diesen Shards Sah interessant aus Das tiefe Weiß Oh, wen haben wir denn da? Toter Ritter der Reue Das tiefe Weiß Ist hier oben zufällig Eine Wobei, das sieht nicht an Das sieht ehrlich gesagt nicht danach aus Als sei das ein Dorf Bäder von Krochel Ähm Von Roa Topaz Ne, Roa war ja die schlechteste So Erledigt So, das müsste reichen Bäder von Krochel Krochel Das ist hier halt das Krochelere Schrein der Druckwelle Ich liebe diesen Schrein Boom Level 29 Boom Erledigt So Da oben ist die versiegelte Tür Oh Guck mal hier in der Erzader Ja, auch gut Silbererzader Das ist etwas bessere Nice Exorzistentruhe gekriegt Hier waren die Bäder von Krochel Von Krochel Wo ist die versiegelte Tür Raureif Tor Hier Todespriester Kälte verzaubert ist er Und erledigt Nebenquest abgeschlossen Ganz ehrlich Als hättet ihr eine Wahl Okay, schauen wir uns mal an Wir können einen weiteren Punkt verteilen Wärme Alle eine Sekunde werdet ihr für jeden brennenden Gegner in der Nähe um 0,3% eures maximalen Lebens geheilt Bei Bossen ist die Heilung um 0,6% erhöht Finde ich auch gut Da wir viele brennende Gegner haben, sollte das ganz gut klappen Hier haben wir wieder etwas, was wir entdecken können Außerdem ist hier ein Ereignis Sprecht mit dem Wanderer Oh, bei dem Wort Wanderer habe ich hier Ähm, ein ganz schlechtes Gefühl Korfoss ist das hier Auch wieder einer dieser Korre-Orte Hier ist der Wanderer Oder die Wanderin Beschützt den Wanderer Überlebt die feindlichen Angriff Gebe mein Bestes Ich kann dich aber leider nicht heilen Oder so Wow Ups Das hat die auch noch gesehen So ein Mist Kommen da die nächsten Angriffswellen Da haben wir zwei Angriffswellen Das war ja bisher ziemlich einfach Da kommen die nächsten Hey, der ist einfach Der hat mein Feuer mal gedodged Geht doch Oh, fuck Äh, hier Hier, hier Warten Wir müssen jetzt mal eben ein bisschen was raushauen Damit wir die Wanderer schützen können Gut Eine Welle noch Wie zur Hölle soll man denn dem Stand halten Müssen wir raus Okay, 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 okay Ich hab's begriffen Ich hab's begriffen Das ist ein böser Ort Ein sehr böser Ort Niemand mag es Niemand will es Ist die Wanderin tot? Ne, doch nicht Die lebt sogar noch Alter Die hält aber ganz schön was aus Die Wanderin dort Das muss man doch mal sagen Schon In jedem Fall Eine harte Nuss So, jetzt sind sie dicht Du bist tot Gut Raus da aus der Wolke Erhöhtes Leben Ja, da sieht man mal Zu was das führt Dass die nämlich nicht sterben So, geht Ja Und sogar die Meisterschaft geschafft Roa Smaragd Abgenutzte Tunika Obolusso Hochlandreif Und Beißbeere Nice Kor Valar Heißt das hier, ne Valar Morgulis Haben wir hier zufällig noch irgendwie eine Statue von Lilith oder so? Könnte ich mir hier nämlich gut vorstellen Hier ist aber jetzt erstmal so nichts zu sehen Cool, cool Hier oben ist Skosglen by the way Skosglen, Trockensteppe haben wir hier Kitschistan, Havesa ist in vier Gebiete Aktuell noch Aber sie wollen ja auf jeden Fall auch Ähm Noch einige Quests Beziehungsweise noch einige Ähm Erweiterungen und so nachschießen Und dann nehme ich mal an Dass neue Gebiete und sowas Auf jeden Fall noch mit dazu kommen Das tat weh Das tat zwar sehr weh Autsch Stopp Der stirbt So Eine Erzader Dankeschön Hier ist nichts Damit er frei Wo führt dieser Weg hier oben lang? Der führt hier nach hinten In ein nächstes Gebiet Wir kommen hier der Hauptquest immer näher Pass des Sünders Ach das ist ja cool Kommen wir über so eine Schlucht rüber Sehr gefährlich Pass des Sünders Niedergang des Raureifs Klingt irgendwie in einer komischen Übersetzung Was ist das? Tötet die Kanalisiererin Um die Riten zu unterbrechen Okay Das bist dann die hier Ja Ne das bist du Weil da vorne irgendwelche Dreckssäcke sind Die Blödsinn machen Jetzt sind es plötzlich noch mehr Schamanen Alles klar Ich brauche Zeit für die Vorbereitung Ja So Brauchen wir hier Ein bisschen Möglichkeiten Schaden zu machen Bum 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 yeah Ah Fuck Nicht ganz Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit Sehe ich gerade Das ist gut Ich muss uns um dich kümmern Und dich müssen wir uns auch gewannen. Und dich natürlich auch. Du lebst ja auch noch. Nein, ist drunter gefallen, aber lebt immer noch. Okay, dann schaffen wir es nicht rechtzeitig, oder? Nein, doch. Nee, doch. Ich habe keinen Heiltracken mehr. Das macht mich schon mal ein wenig traurig. Das war zu spät, aber wir haben ihn... ...erledigt. Nice. Raunende Obolusse mal wieder und hoher Schädel, Engelshauch, robuste Tunika. Tötet tausend Gefallene. So viele mittlerweile. Das ist crazy. Habe ich gar nicht mitgekriegt, dass ich schon so viele erledigt habe. Kleine Kobolde. Das ist auf jeden Fall ein Name, den ein Abenteurer tragen will, der jetzt im Begriff ist, die Welt zu retten. Auf jeden Fall. So. Und das zornige Phantom ist auch weg. Oh, die Erzader wollen wir auf jeden Fall. Ja, wir machen mal ein bisschen Sightseeing jetzt in dieser Folge. Versuchen hier mal so ein bisschen die Orte zu entdecken, die auf der Karte jetzt noch weiß sind. Welkhover heißt es hier. Welkhover. Ach, das war mal eine Ortschaft hier. So wie das aussieht, ist es hier jetzt nicht unbedingt gut ausgegangen. Stopp jetzt. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Die ganz da. So, weg mit dir. Irgendwo nur eine Statue von Lilith. Auf jeden Fall eine Truhe. Ah, sehr schön. Noch ein paar Heiltränke dazu. Ähm, wie sieht es eigentlich hier aus? Ich habe so viel Zeug gefunden. Das muss erstmal weg. Das muss auch weg. Obst, Artistentruhe. Robuster Stab. Äh, das ist schlechter. Das ist schlechter. Das ist schlechter. Maskenwappen. Plus 6 maximal Mana. Plus 14 Intelligenz. Plus 10 Stärke. Aber Rang für Hydra haben wir hier nicht. Das ist schade. Oh. Abknehmzeiten Glückstreffer Chance. Alle Werte. Ne, ist auch schlechter. Ne. Das könnte noch was sein. Wenn ihr verletzt seid, verleiht euer Tank zusätzlich eine Barriere. Oh, das ist gut. Rang für Feuerwand. Rang für Blizzard. 10 Intelligenz. Ja, da spiele ich gerade mit. Mit dem Gedanken, das anzuziehen. Dämonischer Korb. Für Meteor. Uff. Maximales Leben. Für Feuerwand. Ach, du meine Güte. 126. Das ist... Das Ding ist, glaube ich, richtig gut. Wir haben jetzt aktuell 25% weniger Schaden. Und dann haben wir... Wie viel? 29%. Okay, das ist auf jeden Fall lohnenswert. Nice. Nice, nice, nice. Und was wir noch haben ist, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, Rang für Feuerwand. Also Feuerwand sind wir jetzt auch einen höher. Und das ist ja eigentlich im Grunde der Zauber, mit dem wir so am meisten Schaden machen. Lohnt sich dann nochmal besonders. Ich denke, das ist langsam wieder an mit den Legs. Ich war bisher so zufrieden mit dieser Aufnahme. Wenn mir jetzt passiert wieder sowas. Du machst zu viel Schaden, Freund. Hör auf damit. Dreh dich nicht. Ich sag ja, Fernkämpfer sind das definitive Problem hier. Was hatten wir hier unten noch? Tunika, das schreit. Nee, das brauche ich nicht. Ist hier irgendwo noch eine Statue von Lille? Warum nicht? Hier ist auch keine Statue von Lille. Hm, bleibt hier oben. Ich hätte hier so dermaßen eine Statue von Lille erwartet, dass es mich schockiert, dass ich keine bekomme. Nice. Okay, dann gehen wir noch in den Keller rein hier. Ah, das ist ein Gasthaus? What? Ach ja, klar. Ich meine, das sieht ja so aus, als wäre hier irgendwie erdrutschmäßig was verschüttet worden. Und dann passt es schon, dass das ein Loch ist. Säubert den Keller. Abenteurerin. Wir wurden getrennt. Meine Freunde sind tot. Alleine werde ich bald sterben. Ja, das sehe ich auch so. Hier sind ja Zombies, ne? Fünf Wellen. Muss ich überstehen, für die verletzte Abenteurerin am Leben zu halten. Sicher, dass meine Feuerwände sie nicht töten? Boah, die Zeit abläuft, steht dieser. Ich darf ja gar nicht rumpimmeln. Was mache ich denn da für Unsinn? Nee, offenbar nicht. Aua. Wenn ich weniger rumgepimmelt hätte, hätte ich es vielleicht sogar schaffen können. Aber... Tja, ich kann halt nicht alle retten. So sieht das nämlich aus. Und trotzdem kriege ich von dir eine Truhe. Dankeschön. Gasthaus von Velkova. Keller abgeschlossen. Ja, nun, ähm, so wie es gerade aussieht, haben wir wenig Platz im Inventar. Hier ist wieder alles respawned. Auch so eine Sache, die man mögen muss. Mittlerweile ist es Tag geworden. Das ging aber dann doch sehr schnell. Wir werden jetzt Richtung Korvala gehen. Die greifen mich zwar an, aber... Oh, fuck. Sehr gut. Als erstes. Nach Kyowashat. Mein lieber Herr. Schauen wir uns mal an, was wir hier noch alles machen können. Ich spekuliere ein bisschen... Äh... 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 Ich spekuliere ein bisschen darauf, dass ich hier vielleicht noch was Cooles an Edelsteinen machen kann. Über wen... Über was hatte ich jetzt nochmal nachgedacht? Ich hatte über irgendwas nachgedacht. Die hatten wir gewechselt. Die hatten wir gewechselt. Maximale Aufladung von Inter... Ne... Wobei ich glaube, das war es schon, worüber ich nachgedacht habe, ne? Seltener Stab. Der ist doch aber bestimmt zweihändig, ne? Das ist 37% Schaden für Fertigkeiten des Typs Basis. Der ist auf jeden Fall zweihändig. Alles andere würde mich überraschen. So, lädierter Topaz. Lädierter Saphir. Gut. Sehr gut. Lädierter Topaz. Haben wir jetzt schon einiges zusammen. Ähm... Oh, wartet mal. Ich sehe da gerade was. Wenn wir den entsockeln, was wir ja jetzt sowieso machen müssten. Dann haben wir jetzt hier einen lädierten Schädel. Wieso? Achso, weil... Achso, das ist schon der nächste. Okay. Dann machen wir jetzt mal im Folgendes. Wir nehmen den rein. Hier haben wir zwei von. Ähm... Ich lasse dich mal in mir liegen. Ja, bis zum nächsten Mal. Hat, äh, Spaß gemacht. I guess. So, ihr kommt da rein. Du kommst da rein. Ihr kommt da rein. Und ihr kommt da rein. Ja. Hörbele! Das sah merkwürdig aus. Das war merkwürdig abgehackt. Ich glaube, der Spiel wird nicht mehr. Sie verarscht mich. Was darf ich sagen? Kannst du eigentlich was reparieren, sag mal? Ja, ja. So. Neues Aussehen, neues Aussehen, neues Aussehen. Und den Rest kann man... Ja, ganz ehrlich. Nein, das ist ganz falsch. Ich möchte den... Der ist gewöhnlich. So, zurück. Und dann wollen wir nochmal gucken, dass wir nach Korvala kommen. Ich vermute, in Korvala nehme ich einen Wegpunkt. Wäre zumindest schön. Gucken wir mal. Rein der Druckwelle. Rein der Geal. Da sind ja gar nicht viele Gegner hier. Okay. Ich glaube, das hat sich mega gelohnt gerade. Kann ich hier unten lang? Ich möchte gerne hier unten lang. Oh. Nice. Erzählt das euren Müttern. Oh, ein roher Diamant. Sehr gut. So, ihr kommt jetzt mal aber hier hin. Und erledigt. Und hier geht's einmal nach... Weiter nach unten. Okay. Korvala ist also irgendwo unten gelegen. Ja, so wie ich Korvala bisher verstanden habe, ist das so eine Art Festung der Kathedrale des Lichts. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Serag-Entrückung. Ein recht großes Gebiet, ne? Korvala. Nennt euer Begehrt. Nennt euer Begehrt. Mutter Oberin Prava erwartet mich. Öffnet die Tore. Okay, das hätte jetzt aber auch jeder sagen können, ne? Nur mal so. Also, Sicherheitsvorkehrung hier absolut schlecht. Okay. Korvala hat offenbar keinen Wegpunkt. Das verwirrt mich. Ich finde es aber geil, wie das Spiel quasi rauszoomt, weil Korvala so prächtig aussieht. Und man das dem Spieler auch zeigen will, wie prächtig es aussieht. Der Großteil der Endschrift fiel im Lauf der Zeit zum Opfer. Ein paar kaum liestbare Worte lauten Büst. Eure dunkelsten Sünden. Büst. 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 Entschuldigung. Es ist Büßen Entschuldigung. Tut mir leid. Tut mir leid. Tut mir leid. Das macht betroffen. Nun hau nicht ab. Es sind zwei. Es sind zwei. Es sind zwei. Jetzt haben wir nochmal wieder ein bisschen was gekriegt. Ja, ich hätte ja wie gesagt gedacht, dass wir in Korvala einen Wegpunkt finden. Das haben wir jetzt leider nicht. Das wäre cool, weil dann könnte man auch endlich mal schneller in diese Gebiete hier hinten kommen. Statt jedes Mal durch die halben zersplitterten Gipfel zu latschen. Sind wir immer in Stufe 30. Das ist auch gut. Oh, wir können unsere Heiltränke wieder verbessern. Malthus warte. Verzauberungsplatz freigeschaltet. What's that? Was heißt denn das? Niemand weiß genau, was das heißt. Ähm. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal zurück. Verbessern auch eben unsere Tränke. Und dann können wir in der nächsten Aufnahme uns nach Korvala wieder aufmachen. Beziehungsweise vielleicht starte ich da direkt schon, damit wir ein paar Minuten sparen. Und dann können wir die Quest von Mutteroberen Prava nämlich beginnen. Da bin ich auch ehrlich gesagt sehr gespannt drauf. So, was machen wir denn jetzt hier mal als nächstes? Alle 1 Sekunden werdet ihr für jeden brennenden Gegner geheilt. Ich füge Gegnern für jede Sekunde, die sie brennen, mehr Verbrennungsschaden zu. Der sieht verwirrt aus. Der sieht sehr verwirrt aus. Ich weiß nicht, ob ich ihn nicht vielleicht melden sollte. So. Leichter Heiltrank. Heilt sofort 141 Leben und im Verlauf von 3 Sekunden hat. Das können wir auch machen. Perfekt. Nächste Spielerstufe wäre dann 45. Das dauert noch ein bisschen, bis wir da sind. Und das geht ja bis 90 hoch. Heftig. Naja. Das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Let's Play Diablo 4. Und denkt natürlich immer daran, I want you. For an adventure. Bis zum nächsten Mal.